Willkommen bei profischnap.de. Mein Name ist Lutz Reinhardt und ich zeige Ihnen heute unseren Showroom und Schnäppchenkeller, weil die Öffnungszeiten stimmen leider derzeit nicht. Aufgrund der Pandemie dürfen wir sie nicht reinlassen. Und deshalb haben wir uns überlegt, wir zeigen es Ihnen mit einem kleinen Video. Kommen Sie mit. So sieht es im Moment in unserem Showroom aus. Hier unsere Eingangsszene. Sie sehen, hier geben wir uns immer Mühe und wir geben uns auch jetzt Mühe, dass es schön aussieht, weil das einfach unser Standard ist. Und ich habe gesagt, wir müssen einfach den Standard bewahren. Wir dürfen jetzt nicht anfangen zu schlampen. Es muss immer gut aussehen. Hier eine Kumuli-Garnitur von Himmola in Kurkuma mit zwei Komfortsitzen mit Mitteltisch für Schlappe. 1990 Euro, ein echtes Markenschnäppchen. Ja, Sie sehen, hier versuchen wir es schon schön zu machen. Hier unsere erste Tischkombination. Zack, ist mein Schutz weg. Egal. Unsere erste Tischkombination mit verschiedenen Stühlen, mit einer Bank. Der Tisch ist von meinem Freund Werner Schuhen in vollmassiv Eiche aufgedoppelt mit Metallfuß. Was richtig Schönes, was richtig Elegantes. Schillig-Garnituren. Hier haben wir die Garnitur Broadway letzte Woche bekommen mit Sitztiefenverstellung. Sie können also hier den Sitz ganz einfach verstellen in die Launching-Position. Oben haben Sie noch ein Scharnier, wo Sie die Neigung verstellen können, damit Sie es richtig bequem haben. Garnitur plus Hocker 1750 Euro. Die Garnitur 222 Euro. Der Hocker-Abholpreis. Versand kommt immer bei uns dazu, weil wir auch viele Abholer haben. Garnitur Tankram von Himmola habe ich gestern fotografiert. Winkelsofa, starre Zweisitzer und Sessel. Oder hier was ganz Neues. Launcher von Himmola. Ein ganz neues Modell mit Funktion. Richtig elegant. Und wir haben zwei Stück davon bekommen. Eine in Sitzkomfort Soft und eine in Mittelfest. Das ist jetzt hier die Mittelfeste. Die Drücker sind hier an der Seite. Wenn man den richtigen Drücker findet, dann macht er das auch, was man will. Und man hat eine riesengroße Bequemlichkeit. Also was ganz Besonderes. Musterring-Ecke von K&W mit Sitztiefenverstellung im soften Look. Sie sehen die Preise, die sind bei uns immer fast nicht zu glauben. Hier der Start von der Firma Keunor. Das Modell Edit mit Beleuchtung, mit Ladegerät fürs Handy, mit Verstellung. Hier können Sie reinfahren, rausfahren. Sie können das Ding drehen. Alles drin, alles dran. Hier in Büffellederrot mit weißer Platte und Beleuchtung. Also wirklich was Besonderes. Sie können aber auch normal sitzen. Ganz selten. Wirklich was ganz Tolles. Das ist Sofa Unlimited von Tommy M. aus der Kollektion Unlimited. Das war das Original-Messestück. Und hier ist ein kleiner Fleck. Kameramann, kommen Sie mal her. Das ist ein kleiner Fleck. Und sowas müssen wir halt manchmal auch akzeptieren. Ein starkes Feld bei uns sind immer Relax-Sessel. Das zeigen wir hier. Geballt. Wenn Sie also mal wieder kommen dürfen, können Sie auch alles ausprobieren. Aber wir drehen natürlich auch von jedem Sessel über 1000 Euro ein Video. Hier habe ich aufgebaut Seniorensessel mit Aufstehhilfe. Ein Thema bei der alternden Gesellschaft. Verkaufen wir auch sehr gut. Hier unser Fotostudio. Wird nachher dieser Hocker fotografiert. Das letzte Stück der Himmola-Lieferung aus letzter Woche. Und jetzt gehen wir mal hier rum. Ein ganz toller Stoff von Firma Schillig. Ja, Stoff gibt es noch gar nicht. Ein Muster-Sofa für Musterring. Ja, und hier eine asymmetrische Ecke. Gibt es halt auch mal. Passt natürlich nicht bei jedem. Asymmetrisch heißt kurzer Schenkel, langer Schenkel in Büffelleder. Dann aber natürlich zum Wahnsinnskurs. Hier ist gerade nicht so viel los. Kopfstützen. Viele Kopfstützen. Die verkaufen wir sehr gut. Auch zu anderen Farben. Kann man kombinieren. Es muss halt der Farbton in etwa passen. Und mein Tipp. Lieber ein bisschen anders wie zu ähnlich. Und jetzt gehen wir runter in den Schnäppchenkeller. Folgen Sie mir. Im Schnäppchenkeller. Hier unten ist es immer etwas enger. Hier haben wir mehr Ware. Der Kameramann muss ein bisschen langsam tun, dass er nicht stolpert. Hier haben wir immer etwas mehr Ware. Damit eben die Auswahl auch größer ist für Sie. So, jetzt warte ich mal mit meinem Geschwätz, bis er da ist mit Ihnen. Hier ganz frisch gekommen. Gestern fotografiert. Was ganz Neues von Himmela. Ein Wackelsessel. Ein Schaukelsessel, wo keine sichtbare Schaukel drin ist. Das ist im Gestell sogar der Hocker wackelt mit. Sehr angenehm. Sehr angenehm. Ja, jetzt gehen wir hier mal weiter. Bänke. Immer mehr ein Thema. Bei uns Einzelbänke. Hier für den Stehtisch. Eckbänke. Oder ganz normale Einzelbänke. Also da sind wir stark. Und da werden wir auch immer besser. Hocker und Sessel haben wir hier geballt. Im Regal. Damit wir mehr Platz haben. Damit wir den Platz ausnutzen. Im Moment haben wir sehr viele Hocker. Sie sehen es hier. Große Auswahl an Hocker. Aber auch schöne Sessel. Hier zum Beispiel ein Zweierset. Sessel von Tommy M. Der Preis bezieht sich auf beide Sessel. Schöne Einzelsessel. Das ist ein Messestück von Schillig. Oliver. In einem karierten Stoff. Auch was Tolles. Also da darf man auch ein bisschen mutig sein bei kleinen Möbeln. Und da darf man sich auch mal trauen, ein bisschen einen Farbakzent zu setzen. Wie hier dieses Limette. Dieser kleine Sessel in Limette. Großer Hocker mit Rollen. Jetzt kommen wir in die Relax-Sessel-Abteilung. Hier unten haben wir zumeist die manuellen Relax-Sessel. Aber auch ein paar Senioren-Sessel. Einfach das, was oben keinen Platz mehr hat. Hier geht jeden Tag was raus. Und kommt hoffentlich auch jede Woche was rein. Die Woche kriegen wir wieder fünf neue Relax-Sessel von Coinore. Da freuen wir uns drauf. Jetzt gehen wir in die Tiefen des Schnäppchen-Kellers. In der Mitte. Auf unserem roten Teppich haben wir hier die Ausstellung von Tischen und Stühlen und Bänken. Und versuchen hier auch mit Kombinationen unsere Kunden etwas Lust auf Wohnen zu machen. Sechs verschiedene Stühle vom gleichen Modell von Schillig. Der Preis bezieht sich immer auf das komplette Set. 990 Euro die sechs Stühle. Oder hier eine Bank, einen Tisch und zwei unterschiedliche Stühle kombiniert. Wieder eine Bank, vier Stühle in gleicher Art mit zwei Stoffen. Und ein schöner Holztisch dazu. Und dann haben Sie ein Ambiente, wo wirklich was aussagt. Natürlich haben wir auch klassische Formationen wie hier sechs Stühle mit Tisch. Und manchmal passt es auch nicht wie da Eckbank zu klein zum Tisch. Also auch wir haben Optimierungsbedarf. Diese zwei Kolien sind reserviert für Einzelsofas. Hier sehen Sie eine große Vielfalt Hochlehner mit Funktion. Hier ist auch eine Funktion drin. Aber auch ganz klassisch kubische Sachen oder weiche Formen wie hier das Softie. Hier gilt es einfach zu stöbern. Alle diese Stücke finden Sie auf profischnapp.de. Wir verkaufen 90% online, im Moment 100% online, weil ja niemand kommen darf. Deshalb beschreiben wir alles gut und machen bei jedem Produkt über VK 1000 Euro auch ein kleines Video. So, jetzt komme ich mal darüber. Hier stehen unsere Wohnkombinationen. Eckernaturen oder Kombination mit Longchair von kleiner Kombination. Hier brauchen Sie bloß 2,15 Meter Platz. Wir schreiben hinten immer auch die Maße drauf, bis zur Objektgarnitur. Viele Garnituren für Familien haben heute Funktionen wie hier. Sie können hier zum Beispiel mit Hebebeschlag die Sitztiefe verändern. Und damit haben Sie Launching-Komfort. Hier haben Sie die Armlehne, die Sie verstellen können. Diese Garnitur William hat einen elektrischen Sitzauszug. Einfach aufs Knöpfchen drücken und dann fährt der Sitz raus. Und sowas wie die Domino gibt es heute eigentlich gar nicht mehr so oft. Die kann nämlich eigentlich gar nichts. Die hat nur schöne Kissen. Nächste Abteilung. Sofa-Gruppen-Pärchen. Das ist der Pärchen-Abend hier. Zwei Sofas zum Preis von einem Schillig. 1990 beide Sofas. Sofa-Gruppen mit Funktion von Himmola. Zwei gleich große Sofas. Hat natürlich den Vorteil, kann man auch schön gegenüberstellen. Und auch hier ist immer Bewegung. Zur Not verkaufen wir auch dem Kunden mal ein Sofa. Daraus einzeln mit Trennungszuschlag. Was das ist, erkläre ich Ihnen, wenn Sie eine Anfrage haben. Hier sind wir gerade schwach bestückt. Bettsofas und Liegen. Die ist noch verkauft sogar. Und das Bettsofa ist verkauft, da müssen wir nachlegen. Liegen bin ich an einem Deal dran. Bei Bettsofas muss ich mich jetzt darum kümmern. Wir haben jetzt nur noch die zwei Bettsofas in der Mitte. Da wird also bald was geschehen. Stuhlregal, viele Stühle, viele Einzelstühle, weil viele unsere Kunden auch gerne kombinieren. Wenn wir jetzt vier Stück von einer Sorte haben, wie hier, dann machen wir auch einen Preis für alle vier. Nämlich 5,5,5. Hier haben wir zum Beispiel zwei Stühle für 2,49. Das ist ein Einzelstück von Schillig für 166. Der Kameramann darf gerne mal da reinlaufen. Dann sehen Sie, da lohnt es sich auch zu stöbern. Auch hier finden Sie jedes Stück bei uns auf der Homepage. Profi-Snap.de unter Speisen, Einzelstühle. Couchtische verkaufen wir auch, haben wir aber nicht so eine Riesenauswahl. Geht aber immer was mit und hat auch sehr schöne Einzelstücke hier. So, jetzt gehe ich mit Ihnen wieder hoch zum Showroom. Wir haben einen Aufzug. Wir müssen also nicht alles hochtragen. Die Treppe hoch und runter tragen, das ist ein Vorteil. Sonst könnte man das nicht machen bei der Menge, die wir inzwischen vermarkten. Hier habe ich nochmal einen Wackelsessel, einen Wackeldackel. Das ist der gleiche wie unten, nur in Farbe Cognac. Ich finde das ein ganz tolles Ding. Kissen habe ich Ihnen, glaube ich, schon gezeigt. Ja, so sieht es heute aus. Morgen sieht es wieder anders aus bei uns. Das ist das Profi-Snap-Prinzip. Wir bestellen nichts, wir besorgen nichts. Aber alles, was wir haben, ist was Besonderes. Und für mich ist es jeden Tag eine Freude, hier zu sein und die Sachen auszuprobieren, zu fotografieren, einzustellen, Kundenfragen zu beantworten. Das ist das, was mich an dem Job reizt. Hier ist unsere Arbeitsabteilung. Hier werden die Produkte eingestellt. Hier wird die Verwaltung gemacht, bis auf die Bankverwaltung. Die ist im Büro in Nagold. Und hier sind wir zu Hause. Ja, das ist eine Momentaufnahme. Heute sieht es so aus, morgen sieht es anders aus. Ich würde mich freuen, wenn Sie unseren YouTube-Kanal abonnieren, wenn Sie unter profi-Snap.de slash Neuheiten schauen, was frisch eingetroffen ist. Ich werde Sie in den nächsten vier Wochen oder in vier Wochen wieder informieren und freue mich, wenn Sie bei uns fündig werden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Lutz Reinhardt von profi-Snap.de Danke und Tschüss.